Hallo, herzlichen Dank für die zweite Tage hier. Arsch! Ja, es ist Abfahrer da. Es geht dann flüssig weiter. Jetzt sollten alle Taktvoller haben und verabriert sein. Einfach eine Tourklappe, also zu gutem Kartenklappe. Doch da ist kein Punkt programmiert. Muss hier aber gar nicht mehr tun. Ja, sonst geht es hier weiter. Ja, wie gesagt, gestern, mein Gott sei. Wer mitspielen möchte, 18 Jahre alt, dann kommt sich kurz der Discord-Meld und dann können wir langsam wieder reden. Das sollte jetzt die Mitverfolgung werden. Ja, da habe ich Spätschicht. Ja, ich kann mich gerne da melden. Wenn beim nächsten Tag, ja, doch mal Schlecht geben und dann die Woche rauf. Das sind Freitag, 18 Uhr und so, da kann man überreden, wenn der Server Zugang bekommt. Der Mods. Was ja kein Problem sein sollte. Da gibt es ja ein Ding dafür zum runterladen. Da hat er dann kein Recht dafür, man kann das runterladen. Dann können wir auch mal spielen die Fleifen. Das war's. Irgendwann werde ich wieder mal ein Ablehn machen. Und dann machen wir es. Das kommt jetzt, wenn wir es mal sehen. Er macht ja immer wieder neue Sachen dazu. Das kommt zwar nicht hinterher, aber das ist egal. Dann macht ja doch mal hier und da. Oder so eine Änderung. Ich würde gerne wünschen. Ich fahr mal die Woche oder nächste Woche. Bis in so einem Zufall als 200 Prozent. Das klappt ja so eine lange Angangspunkt nehmen. Geht vorwärts. Aufkommen. Leit Gas weg. Oder nächste Woche schon her. Erst vor. Ja, wo geht's vorbei? Nein. Nächste bitte. Und dann kommt die Vorsprache in den Bekannten. Ja. Ja, jetzt kommt der. In Nordenburg wurde er abfährt und zurück. Hat doch noch auch. Nein, macht's sogar. Das war schon. Ja. Vielleicht tun wir nicht. Aber du musst doch gehen. Mal schauen, dass ich mal. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Stoffbar. Gut, dieser Urlaufe ist mehr raus. Das ist normal. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Im유ấu als Neuachter. Gibt es den Flieger? Waschen vielleicht? Öko-Busche? Geschirrt-Busche? Leute hier fahren, da wird ich auch nicht gut. Fahrer Geschirrt können wir das einigen sagen. Das ist nicht sehr normal. Die Rehobel-Tabs kaufen, die müssen besser sein. Jetzt müssen wir die Anführungszeichen Kreiswerden. Aber ich finde die Geschirrt-Busche, also die Geschirrt-Busche an sich, tolle Erfindung. Das ist, in meinen Augen, das Beste was ich hier erfunden habe. Ich hasse Abwaschen. Aber gut, dann kann man das machen. Das ist halt so. Ich hab früher gesagt, mein Bruder kam zum Besuch. Ich darf aber doch nicht rein. Wunder wie man jetzt angefangen hat, wenn das Auto war. Wenn das Geschirr-Alo war. Dann habe ich ihn ja angefangen hat. Hat sich auch gelogen. Ich habe frische Kölke, die viele anmelden. Aber wir hatten so einen Tag. Eine Kasse, gerade eine Kasse. Ich habe das so. Ich habe es zu versammeln. Noch ein bisschen denn. Wir sind wunderschön. Schenk! Gott! Das war ein kleiner Punkt. Einer ist da! Erstens verwende ich ja hier für Abfahren in Felsen oder in Deutsch, weil ich 60 km abfahren könnte. Sobald die Traktoren wieder die Fugende Leistung haben. Natürlich ist der Unterschied nicht, wenn der Boden extrem verhattet und trocknet ist. Hast du alle Bedingungen, als dann hier mal Regen gefahren ist und der Boden aufgereicht ist? Ich kann schon mal vergleichen. Das ist halt EMS und gleich. Ich glaube, Sogaritätsfreundlich sind sie auch. Aber ja, was gibt es da jetzt, wenn man mit einer Frutschfall, da überlege ich. Bei der Ellengradung ist hier, da kann sein, dass ich da den Raum nicht. Wenn die Karte kommt, bin ich da. Wenn die jetzt nicht kommt, weil dann nicht fertig ist. Dann führe ich sie so einfach. Ich habe da so 1 oder 2 andere Karten im Blickfeld, die auch so schlecht sind. Das ist das Problem. Kann man ja nicht mehr kennen. Am besten. Ich habe da viel Arbeit dran. Ja, was kommt nächstes? Machen die noch ein Jahr mit dieser Ziel? Oder machen die jetzt praktisch, dass die da eine neue Spielbereiche machen? Das ist halt die andere Frage, weiß ja keiner. Also, mir wäre das ganz recht, wenn man da kommt. Ich habe ja nicht geguckt. Ich mag ja nur die Karten ausreizen. Das ist ja so. Das schaff ich ja nie alles so machen. Dann完成. Ich habe das ganze Schatz. Das ist doch ganz ganz recht. Ich habe das ganze Schatz gedreht. Ich habe das ganze Schatz. Das ist schon mal nicht gut gekonnt. Ich habe das ganze auch wieder. Ich habe das ganze Schatz. Ich habe das ganze Schatz. Ich habe das ganze Schatz. oh 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 90 oh 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 das wäre so ein Feld mit Raps hier haben wir Weizen und Gerste, was ich weiß Weizen und Gerste Raps Raps haben wir bisher Raps haben wir bisher meine Ansicht gar nicht, oder? auch die 3 und die 12 ist aber zu wenig Könnte ich mir noch vorstellen Könnte ich mir noch vorstellen Kann man auch sehen Weil ich behalte das nicht mehr also es muss mal gucken Raps ist noch möglich heute aber das schaffe ich nicht Könnte was dann gepflügt werden Das war nichts Oh 68000 km 1 Da muss er so weit, ne? Oder wenn wir drauf auf Tumpf wäre dann kann es bleiben 4 Taktoren fliegen Kalk und schnell vor Könnte das noch klappen Könnte jetzt von Besuch kommen Ja egal Sooo 8 bis 32 Folge 12 oder 20 Müssen wir eigentlich mit 2 Häkse arbeiten Bei der Fläche Bei der Fläche Aber er soll wieder auch umsit Da muss nur eine Felsen sein Extra kostet ja auch ein bisschen Von daher Finanziell gewählt muss eine Die Fläche Könnte gerne noch die Grasbecken anzunehmen Oder Schauen wir mal Die Reise Ziehen und rechnen So Er kann ja über Dikes abnehmen Oder Also Dikes Mähen Und treffen Oder Verlieben Grasbecken Bei der Fläche Wer wiederum auch wieder so ein Tumpf geht Mit der Fläche anzunehmen Und das Foto Und das Foto die an So, what is that right? Come on. Sauber vom 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 Stab der letzten Tage. Von früher war es auch ein bisschen angefolgt. Ups. Ach, das ist ein bisschen. Aber viel war es nicht. Mal sehen, was morgen noch kommt. Wie ist denn Dauer denn da? Die sind hier drauf. So, komm. Lass ihn nicht aufholen. Hier gibt es keine Röschweine. Da sind Röschweine. Die Röschweine. Die Röschweine. Die Röschweine. Ja, mein Urlaub ist ein Aufzeigen. Also, ich habe jetzt viel Urlaub gehabt. Schauen wir mal. Guck, wo der Feiertag ist. In Oktober. Ob das nicht gerade ein Wochentag ist, sondern ein Wochenende. Dann ist ja im November noch ein Feiertag. Und... Jetzt kommen wir wieder das kurze Röschweine. Jetzt kommen wir wieder das kurze Röschweine haben. Weihnachten fällt wieder eine ganze Blöde Zeitung auf. Plötzlich, ja. Die Wohnung nachher, irgendwann nachher auch. Das wird wieder besser werden, ne? Mal... Mal fahren die Feiertage auf. Aber... In der Woche und dann wieder rum. Ist halt so, ne? Mal... Mal fahren die Feiertage auf. 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 Und dann machen wir den Rest vom Schützenfest. Deshalb müssen wir jetzt mal fahren. Tschüss. Vielen Dank.